So, zweiter Teil der Übungsreihe jetzt. Etwas zuerst zur Mobilisation und nachher als letzte Übung eine Kräftigung. Ich fange jetzt an mit der Rückenschaukel. Sehr gute Übung, da sie zum einen unsere Wirbelsäule mobilisiert. Vielleicht knackt der eine oder andere Wirbelkörper bei dem einen oder anderen, weil er eben seine Position wieder findet. Das merkt man vielleicht gerade morgens nach dem Aufstehen, wenn man sich erstmal ein bisschen strecken muss. Aber es ist eine wichtige Übung, weil sie zieht auch unsere Muskulatur etwas in die Länge. Sie dehnt etwas geschmeidig und die Übung hat einfach den Effekt, dass letzten Endes unsere Muskulatur nicht verkrampft und geschmeidiger wird. Was ist wichtig dabei? Eine ordentliche Unterlage. Ein Handtuch oder der reine Boden wäre definitiv zu hart, weil ihr eben dann auf euren Wirbeln rumrutscht und da eben zu viel Gewicht draufkommt. und eventuell da irgendwelche Schäden oder Schmerzen entstehen. Was mache ich? Ich nehme jetzt einmal hier diese Position und rolle einfach über meine Wirbelsäule drüber. Nicht bis ganz auf die Halswirbelsäule rollen. Das ist ganz wichtig, weil da eventuell die Belastung zu stark werden könnte und irgendetwas überbelastet werden könnte. Das ist eine Übung, die könnt ihr einfach mal auch zwischen einen reinbauen oder am Anfang oder am Ende. Ich mache das immer ganz gern, nachdem ich meinen Rücken trainiert habe, weil eben dann die Muskulatur verkürzt ist und dann die Übung natürlich noch effektiver wird, wenn ich danach wieder die Muskulatur entzerren, entkleben will. Jetzt ist auch entkleben schon wieder das Stichwort, denn jetzt nehme ich hier mal wieder meine bewährte Blackroll zur Hilfe. Was macht ein Blackroll? Nochmal ganz kurz. Eine Blackroll ist eben zum Entkleben der Muskulatur, Entkleben der Muskelfaszien da. Und ich habe euch schon dazu ein paar Videos reingestellt, wo das alles nochmal detailliert erklärt wird. Blende ich euch oben ein. Und ich rolle jetzt einfach mal an. Ich fange an der Lendenwirbelsäule an. Und rolle ganz langsam über meinen Rücken drüber. Da knackst du jetzt schön die Wirbelsäule mit. Das tut aber richtig gut, finde ich. Am Anfang ist es vielleicht ein bisschen schmerzhaft, weil die Muskulatur das nicht gewöhnt ist. Das kann man von der Lendenwirbelsäule bis Anfang der Halsmuskulatur, Halswirbelsäule machen. Beziehungsweise da dann eben aufhören. Über den Hals würde ich nicht mehr drüber rollen. Und wieder bis ganz nach unten. Dann kann man das Gewicht ein bisschen auf die Seite verlagern. Dann kriegt man die Muskulatur noch besser. Und genau. Das ist jetzt wie eine Eigenmassage. Das ist ein Gewicht, das über die Muskulatur drückt. Und das tut einfach mega gut. Da braucht ihr keinen Masseur mehr. Das nimmt euch Spannung von der Muskulatur. Und ich mache das mittlerweile täglich. Wie gesagt, das ist eine Anschaffung, die ein paar Euro kostet. Ich glaube so 20, 30 Euro oder so ist man gut dabei. Aber das ist nicht die Welt und das lohnt sich wirklich. Ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Ein Nebeneffekt ist natürlich auch, dass man jetzt hier die Spannung halten muss. Das heißt, man kräftigt zeitgleich auch eben die Bauchmuskulatur. Ist auch alles sehr funktional. Und ja, wirklich von mir absolut Daumen hoch für dieses Teil. Jetzt komme ich zu der letzten Übung in dem Teil. Jetzt wird das eine Übung, die ist zur Kräftigung da. Die ist auch etwas anspruchsvoller. Da braucht man nicht viele Wiederholungszahlen. Und das strengt schon gut an. Was mache ich? Ich gehe jetzt Hüftbreit. Hüftbreit eben Beinwinkel 90 Grad. Ausgangsposition, gerader Rücken. Und jetzt gehe ich hier nach vorne. Und gehe nach oben. Genau, auch immer den Kopf mitnehmen beim Eindrehen und beim Aufdrehen mit aufrichten. Eine Übung, die belastet den nahezu kompletten Rücken. Seht ihr hier, ich muss im ganzen Rücken die Spannung halten. Sehr anspruchsvoll. Ich muss auch gleichzeitig die Spannung in den Oberschenkeln halten. Aber es ist eine Übung, die wirkt, die bringt es. Und probiert es einfach mal aus. Wie gesagt, da braucht ihr nicht viele Wiederholungen. Da reichen 10 bis 20 Stück. Und wir sehen uns gleich wieder im letzten Teil. Ciao.